heute ist kindertag der erste sechster 2024 damit herzlich willkommen hier auf meinem channel schön dass ihr mit eingeschaltet habt ich will noch keine zeit weiter verlieren und gleich starten wir gucken was sich getan hat ok euphoria ariana grande gab es gestern neu mit backlink und anhang hier haben wir die raumfahrt aus der chapter 2 was hat sie noch getan der angestellte gerne könnt ihr mich auch kosten unterstützen liken abonnieren nicht vergessen und unterstützt ein creator mit impact 82 dann einfach suchen und für die nächsten zwei wochen ist abgespeichert der firmentanz so hat sich ein bisschen old school an spitzhack als stopp steht ok jetzt eine komische haltung weg liegen naja gut naja gut im moment keine meinung dazu so wie geht es weiter was haben wir noch schönes kalia doch niedlich aus so straßenkünstler die straßenstürmer so was hat sie noch getan endo paket werwolf hier ist alles beim alten geblieben die teuren leo pakete wenn wir darauf eingehen das war es auch schon wieder heute abend geht es weiter mit ins kind contest hier auf meinem stellen ansonsten würde ich mich freuen wenn ich das nächste mal wieder mit einschalte ich bin es raus euer shopmaster macht euch noch einen schönen tag und einen schönen kindertag das war's ciao von au